Herzlich Willkommen zurück zu Super Mario Maker. Ja, wir gucken nochmal bei dem Zelldreh-LP rein, weil der hat ganz viele Level eingeschickt. Da spiele ich vielleicht noch zwei. Hat der denn auch normale? Der baut verdammt viele schwere Level. Ähm. Wo ich jetzt gucken müsste. Spaß muss sein. Ich glaube, er hat auch alle eingeschickt. Ne, hat er nicht. Das hier hat er zum Beispiel nicht eingeschickt. Dann spiele ich das auch nicht. Ähm. The House with Basement. Hat er das eingeschickt? 5, 6, 4a. Auch nicht. Du hast mir 1000 Level eingeschickt, aber nicht die, die ich hier sehe. Let's Ago. C1, 5a. Das hast du mir eingeschickt und das soll normal sein. Gut. Versuchen wir es. Okay, du magst diesen Stilien mit den Ranken gerne, habe ich das Gefühl. Versuchen wir uns erstmal hier. Na toll. Hier auch. Ne, okay. Viel geholfen hat es trotzdem nicht. So. Ich vermute gerade... Oh Gott. Die Ranken hat mich gerade gerettet. Äh. Ja, okay. Bin mal hier hoch. So. Okay. Den Kettenhund kriegt man tot. In der Regel. So. Ist denn hier was Tolles drin? Dankeschön. Etwas, was ich brauchte. Oh Gott. Ich dachte jetzt, ich verliere es direkt. So. Nehmen wir wieder mit. Ah ne, nehmen wir nicht mit. So. Gehen durch die Tür hier. Alter. Oh, gemein. Notenblöcke. Und Sterne magst du auch. Ähm. Hier ist ganz schön viel los. Äh. Einmal hier durch. Einmal da durch irgendwie. Okay, da. Ah. Okay. Nehmen wir einfach mit, wenn wir den schon haben. Und schützen uns damit. Ach shit. Er ist nicht gesprungen. Wie immer. So. Ich höre einen Kettenhund. Das will mir nicht gefallen. Deswegen gehe ich gerade ein bisschen vorsichtiger. Da sind die. Die kriege ich beide tot, wenn ich Glück habe. Ah. Wieso? Wieso bezweifle ich gerade, dass dieses Level easy ist? Also normal. Wir können ja mal nach da rechts gehen. Ach, der verbackt sich hier in den Manschern. Man kommt hier gar nicht weiter. Ah, hier ist ein Pilz. Und ein Gumba. Oh. Manu. Oh shit. Das war dumm. Aber ich will den Pilz haben. Der Pilz ist schon eine harte Hilfe. So. Deswegen nehmen wir das mit. Machen so. So. Und dann möchte ich den Gumba bitte nicht aktivieren. Alter. Das ist ganz schön gemein. Mit dem Gumba. Ist hier noch was drüber? Kann man da irgendwie rein schon? Ne. Okay. Das ist wirklich nur für die... Für den Mushroom hier. So. Zack, zack. Ach, dein Ernst? Egal. Ich kriege ja hier neun. Ich wollte mal cool, einen coolen Sprung machen. Das hätte auch fast geklappt, aber... Da hab ich zu viel riskiert. Okay. Ähm. Ja, ich will hier eigentlich nur durch, Freunde. So. Nehmen wir den mit. Kicken den mal da hin. Dann gehen wir hier runter. Gab es hier mal einen Pilz irgendwann? Ne, ne? Oh, da kam mancher raus. Oh. Kleiner Dreckzack. So. Da kommen Pilze raus. Oh, shit. Das wollte ich so nicht. Kam hier auch was raus? Kommen die bis da hoch? Könnte der Pilz mal rauskommen? Danke. So. Äh. Ah, ne Blume hättest du dir auch gegeben. Shit. Sogar mehrere. Oh, ganz viele. Okay. Moment. Da muss ich jetzt erstmal gucken. Ich wollte jetzt nicht alle einsammeln unbedingt. Dein Ernst? Das ist ganz schön gemein hier. Oh, dein Ernst? Alter. Aber du gibst dir genug Power-Ups, damit es relativ fair bleibt. Okay. Damit man das auch gut überleben kann. Okay. Oh, da kommt noch eine Säge. Das ist ein bisschen kacke. Weil die Sägen random sind. Das kann... Das hat jetzt überhaupt nicht gepasst. Ich wollte jetzt aber auch keinen Schaden nehmen. Und Sägen sind random. Da könnt ihr nichts ändern. Weil die werden halt erst geladen, wenn man die im Bild hat. So eine kleine Kacke von Nintendo. So. Okay. Jetzt dachte ich, ich verliere den Pilz, oder? Aber den würde ich gerne behalten. So. Jetzt muss ich da nämlich nicht rüber. Nice. Bap. So. Bap. 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 Jetzt habe ich es hier natürlich schwerer, weil ich hier so schlecht durchkomme. Bap. Ey, ernsthaft? Ich bin doch auf ihn draufgesprungen. Ach, Mann. Da muss ich natürlich wieder aufpassen. So. Nice. Vielleicht passt das, wenn man sofort losfährt mit den Dingern hier. Habe ich ja vorhin nicht gemacht. Da sind die... Magikrupa ja sofort ausgerastet. Okay. So. Einfach mal ein bisschen chillen hier. Habe ich die Magikrupa jetzt geladen? Entladen? Nee, das passt einfach nicht. Ah, doch so passt es. Aber kann ich jetzt auch nochmal abwarten, bis ich hier so eine Blume kriege? Hallo? Eine vielleicht? Nicht? Okay. Ist hier noch ein Secret? Nein. Okay, jetzt sind wir auf einmal auf dem Luftschiff. Alles klar. Ein Leben und ein Pilz. Okay, da hätte ich lieber eine Blume gehabt. Warum tue ich mir das an? Alter. Warum? Warum tue ich mir das an? Ich gehe weiter. Da muss ich runter. Da sind Kupen am Laufen. Das heißt, ich kann da auch hin. Muss ich mal kurz gucken, was hier drin ist? Ein Pilz. Okay. So, hier hoch. Okay. Pilze gibst du auf jeden Fall genug. Alter, das ist mies. Nein, 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 nein. Okay, gemein. Oh, der Kupen, der Panzer, der war am Wackeln. Das hätte ich fast bei den ganzen Gekringeln hier nicht gesehen. Okay. 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 Ihr baut immer ein bisschen hoch. Das ist ein Problem. Man sieht nicht, wo man hin muss. What the fuck? Alter. Okay. Jetzt willst du es aber wissen. Gleich noch Notenblöcke kommen. Ragequittig. So. So. Alles klar. Das ist wieder so ein langes Level. Du baust verdammt lange Level. Das war jetzt doof. Und du baust gerne Maces. Hm. Ich muss mal kurz hier Gumbas killen. So. Kommt die wo neu? Ey. Lass mich doch da rein. Da ist das Ziel auf jeden Fall. Oh nein, Leute. Ah. Oder hast du das bedacht? Ist das geplant? Hast du von dir geplant? Nee, das war nicht von dir geplant. Du hast den Bug, dass man das Ziel nicht beenden kann. Also das Level nicht beenden kann. Denn die Carmex können das Ziel verwandeln. Das ist ein Game Breaking Bug. Und der ist bekannt. Eigentlich. Ja, die Carmex können das Ziel verwandeln. Und deswegen kann das Level nicht beendet werden. Und deswegen gebe ich dir keinen Stern. Klingt jetzt gemein. Aber das Level kann nicht beendet werden. Das ist leider Tatsache. Wir können es... Nee. Das Ziel war weg. Man hat eigentlich nur ein Ziel in der Map. Du kannst es ja nicht setzen. Per Hand. Deswegen. Nee. Das ist leider schade. Aber solltest du dran denken, die Carmex vielleicht zu entfernen. So. Ich mische das jetzt mal ein bisschen. Ich mache jetzt gerade, weil ich die Race with Bombs sehe, weil das gerade interessant klingt, versuche ich das noch. Und im nächsten Part machen wir dann wieder was von euch. Okay. Den muss ich race'n. Okay. Damit reset ich. Okay. Ein, äh... Kann ich den... Jetzt bleibt er doch da, oder? Oder hängt er sich immer wieder neu auf? Ich glaube, ich habe ihn doch jetzt eh kaputt gemacht, oder? Ich wollte einen Spin Jump machen. Wow. Aber ich glaube, man kann den doch so kaputt machen, oder? Das Level ist ja auch nicht ganz zu, ich dachte. Den brauche ich bestimmt am Ende. Deswegen. Den brauche ich bestimmt am Ende. What? Ist der irgendwo ein Yoshi? Weil Spin Jumpen auf den Sägen geht nicht. Ist der irgendwo ein Yoshi? Und dann muss ich hier... Nee, ist ja auch nur eine Reset-Tür. Ach, hier ist eine Ranke. Okay. Das ist sehr cool. Oh Gott. Okay. Ah, shit. Das ist aber ein cooles Level. Prinzip, so an sich. Ich frage mich nur, ob ich den entla... äh, 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 äh. Entfernen kann, indem ich zu weit nach vorne renne. Und zu schnell bin, im Grunde. Das ist echt eine fiese Stelle mit deinen Kacklaufbindern. Warum sage ich deinen? Du hörst mir eh nicht zu, Levelersteller, weil du aus Australien oder Amerika kamst. Ich weiß es gerade gar nicht, wo du herkommst. Versteht mich eh nicht. Von daher. So. Jetzt warten wir mal ausnahmsweise. Ach scheiße Ich will das Level jetzt noch ein bisschen versuchen Ein, zweimal Aber das Level ist cool Mag ich Ich mag sowas Das sind wieder so Sachen, die Skill erfordern Leider auch ein bisschen Level-Knowledge Weil man wissen muss, was kommt im Grunde So Wie hier mit der Ranke So Das ist sehr gut Hier gehen wir, ah shit Klein sein ist nicht gut Klein sein ist nicht gut Ah shit, ja jetzt hab ich's verkackt Hängt er sich neu auf? Ah jetzt würdest du es eh nicht schaffen Ich muss klein sein, WTF Ist ja voll die Strafe groß zu sein im Grunde Boah ich nehm den Pilz trotzdem mit Weil dann kann ich hier schneller an den Blumen vorbei So Kann das schnell machen Alter Alter So Okay Den nehmen wir mit Gehen dann hier durch Gehen dann hier durch Gehen hier schnell durch Alter Ich wollt einen nehmen Ich wollt doch nur einen nehmen Einmal versuche ich's noch Einmal versuche ich's noch Dann wende ich die Folge Könnt schon mal den Like da lassen Einen Kommentar schreiben Was nettes schreiben Da freut man sich immer drüber So Gut So Nein Lass mich durch Oh Gott Oh Gott So warte mal So Alter Ähm Scheiße Nein Das war die letzte Tür Und ich hab's resettet Ach shit Ah jetzt muss ich aufpassen Bei den Blumen Oh scheiße Fast vergessen So 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 Gib mir ein Gib mir ein So Scheiße Oh Es gibt sich Oh Bis ich tot bin Wenn ich das jetzt versuchen Aber ich Ist geil Wenn ich keinen Pilz sammle Dann Kommt dieser Effekt Nicht Der mich stört Hier an der Stelle Wegen den Kanten Sprüngen Schaffe ich die Stelle Doch nicht schneller Oh Gott Der Swamp So 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 Nice Sehr gut Kommt So Scheiße Oh nein Oh nein Hä Ich komme da doch gar nicht durch Egal wir versuchen es nicht weiter Wir sehen uns im nächsten Part von Super Mario Maker Bis zum nächsten Mal Ciao ciao Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020